Nihilismus Nihilismus, ein Begriff, der in der Geschichte leider immer wieder negativ konnotiert wurde und mit Erscheinungen wie Depressionen, Trauer oder Dekadenz assoziiert wird. In diesem Video möchte ich meine persönliche Definition dieses Begriffes darlegen und philosophisch begründen, weshalb der Nihilismus kein Merkmal für einen resignierten, verkümmerten Geist darstellt, sondern vielmehr eine nüchterne und geerdete Akzeptanz der leider nicht immer erfreulichen Realität, die wir mit unseren naturwissenschaftlichen Mitteln bis zu diesem Zeitpunkt erfassen können. Ich gehe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es keine Götter gibt, keine Seele, kein Karma oder sonstige übernatürliche Kräfte, die in unser Dasein eingreifen. Der Mensch ist ein Tier wie jedes andere, hat jedoch aufgrund seiner durch die Evolution angeeigneten Intelligenz den Hochmut entwickelt, sich für was Besseres zu halten und hat sich deshalb selbst auf ein Podest gestellt. Er hat die Arroganz entwickelt, anzunehmen, ein Planet, ja ein ganzes Universum, sei einzig und allein für ihn geschaffen worden. Da es jedoch keinerlei Belege für diese These gibt, muss ich davon ausgehen, dass es lediglich eine von vielen Illusionen ist, die sich der Mensch selbst herbeigedichtet hat. Alles Sein und Alles Seiende ist ziellos. Der Mensch ein evolutionäres Zufallsprodukt und somit gibt es auch keinerlei erkennbaren Sinn des Lebens, keinen Sinn der Existenz. Alles Handeln, alles Reden, alle Ziele, die man sich setzt, sind völlig irrelevant im Angesicht der Vergänglichkeit eines kurzen Lebens. Es gibt ebenso kein Gut oder Böse, da diese Begriffe menschengemacht sind bzw. kulturell und sozial völlig anders ausgelegt und gelebt werden. Wenn man intrinsisch dazu bereit ist, zu akzeptieren, dass letztendlich jede Identifizierung mit einer Ideologie, Idee oder einem Projekt nur ein Zeitvertreib von vielen ist, wird einem klar, wie unbedeutend die Menschheit und alles um uns herum ist. Ich bin der Überzeugung, dass ein Großteil der Menschheit sich dieser allumfassenden Sinnlosigkeit bewusst ist und mit dieser Orientierungslosigkeit bzw. der grenzenlosen Freiheit, die daraus resultiert, nicht zurechtkommt und sich deswegen in Religionen und Sucht flüchtet, um irgendwie dieser Leere zu entkommen. Man könnte nun das Argument anbringen, wenn alles egal ist, warum soll man dann nicht den Freitod wählen? Nun, wenn man für sich selbst einmal akzeptiert hat, dass es keinen erkennbaren Sinn in der Existenz gibt, kann man sich genauso gut die Zeit so genussvoll wie es nur geht gestalten, die Dinge, die das Leben für einen bereithält, annehmen und im Angesicht des eigenen Todes eine ungehemmte Leichtigkeit entwickeln. Das Angenehme, aber eben auch das Unangenehme wird somit zu einem Spiel, welches man wie ein Kind mit Neugier und Wissensdurst erforschen kann. Der Nihilismus ist quasi das logische Vordringen auf den harten Grund der Realität und die Akzeptanz dessen. Eine neue, gesunde Form der Bescheidenheit formt den Charakter, wenn man einmal dieses Konstrukt durchschaut hat bzw. lernt man auch, die kleinen Dinge des Lebens viel mehr zu schätzen. Die kurze Zeitspanne, die mir bleibt in diesem grenzenlosen Kosmos auf einem Staubkorn mitten im Nirgendwo der Unendlichkeit, werde ich nutzen und das größtmöglichste Potenzial herauskitzeln. Ich werde der Absurdität der Existenz ins Gesicht lachen. Sicher, es ist sinnlos, dies zu tun. Aber es ist genauso sinnlos, dies nicht zu tun.